Karl Wilhelm Scheele war ein deutsch-schwedischer Apotheker und Chemiker, er isolierte und untersuchte viele chemische Verbindungen und trug zur Entdeckung mehrerer Elemente bei insbesondere der des Sauerstoffs, Leben. Karl Wilhelm Scheele wurde als Sohn des Streilsunder Brauers und Kornhändlers Joachim Christian Scheele eines angesehenen Bürgers der Stadt, und seiner Ehefrau Margareta Eleonora Geb, waren kross als siebtes von elf Kindern geboren. Die Geschäfte des Vaters gingen zeitweilig schlecht. 1745 musste er Konkurs anmelden. Hierbei wurde auch Scheeles Geburts- und Elternhaus in der Fährstraße versteigert. Die Familie wohnte dann bei Verwandten und wechselte danach mehrfach die Wohnung in Stralsund. Der Vater arbeitete als Makler und konnte trotz geringer finanzieller Mittel Karl Wilhelm dem 1748 in eine Privatschule schicken. Über dessen Jugendjahre ist wenig bekannt. Zur Zeit von Scheeles Geburt gehörte Stralsund seit dem Dreißigjährigen Krieg zum schwedisch beherrschten Teil Pomeranz. 1757 ging Scheele nach Göteborg in Schweden. In der Apotheke zum Einhorn begann er eine Lehre. Der aus Mecklenburg stammende Besitzer der Apotheke, Martin Andreas Bauch, erkannte die Wissbegier seines Lehrlings und bezog ihn in die Laborarbeit mit ein. Scheele studierte mit großem Aufwand sämtliche Fachbücher, die ihm zur Verfügung standen. 1765 erhielt er den Gesellenbrief und wechselte nach Malmö in die Apotheke zum gefleckten Adler, deren Besitzer Kjellström ebenfalls die Forschungen Scheeles beförderte und unterstützte. Hier schrieb er auch erste Aufsätze über die in seinen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse. Diese wurden von den akademischen Größen der Zeit nicht ernst genommen und abgelehnt. Hier in Malmö begegnete er dem Professor für Chemie an der Universität Lund Anders Johann Rezius. Dieser wurde sein Unterstützer und Freund. Rezius drängte bei Scheele darauf, systematisch zu arbeiten und genaue Berichte zu fertigen. Beide arbeiteten gemeinsam an Laborversuchen. Im Jahr 1768 siedelte Scheele nach Stockholm und arbeitete in der Apotheke zum Raben. Hier hatte er kaum Gelegenheit, seine Forschungen weiter zu betreiben. Rezius war ihm nach Stockholm gefolgt und beide betrieben in ihrer freien Zeit weiter Forschungen. Wegen der begrenzten Möglichkeiten, weitere Forschungen durchzuführen, zog Scheele 1770 nach Uppsala. Hier fand er bei dem Apotheker Christian Ludwig Locke einen Pommerschen-Landsmann in der Apotheke zum Wappen von Uppland beste Bedingungen zur Forschung. Er hatte Zugang zum Laboratorium und alle Freiheiten, dies zu nutzen. In Uppsala versuchte Scheele mit den gelehrten Wissenschaftlern der Universität in Kontakt zu treten. Ein Zufall half ihm, den bekannten Chemiker-Torban Olof Bergmann kennenzulernen. Dieser bezog Chemikalien aus Locke's Apotheke. Eine Lieferung sei Peter reagierte ungewöhnlich, was in der Universität nicht enträtselt werden konnte. Scheele aber kannte die Lösung und es kam daraufhin zur Zusammenarbeit der beiden so unterschiedlichen Fachleute. Damit war auch eine Anerkennung Scheeles Arbeiten bei anderen Wissenschaftlern gesichert. Es erschienen erste Abhandlungen über Fluss Salpetersäure und über den Braunstein in den Schriften der königlichen Akademie Uppsala. Im Oktober 1774 wurde Scheele zur Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen und im Februar 1775 erfolgte die Aufnahme. Dies war für einen Nicht-Akademiker wie Scheele eine ungewöhnliche Irrung. Seine Studien führten im Zeitraum von 1772 bis 1773 zur Entdeckung von Sauerstoff und Stickstoff. Die Ergebnisse publizierte er aber erst 1777 in seinem einzigen Buch Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer, wodurch er etwas von dem Ruhm an Josef Priestley verlor, der unabhängig von ihm den Sauerstoff 1774 entdeckt hatte. Er litt auch in Uppsala darunter als Laborant nur nebenher forschen zu können. 1775 erhielt er aber die Gelegenheit als Provisor in der Apotheke in Köping am Mailase zu arbeiten. Als der Besitzer Pol im April 1775 starb übernahm er die Apotheke. Die Übernahme stand unter keinem guten Stern, da ihm ein anderer Provisor die Apotheke streitig machte. Scheele hatte sich aber in Köping in kürzester Zeit einen guten Ruf erarbeitet und auch mit der Fürsprache von anderen bekannten Wissenschaftlern, wurde der mit dem anderen Provisor abgeschlossene Kauf rückgängig gemacht. Auch war Scheele durch die übernommenen Schulden der Apotheke und die Unterhaltszahlungen für die Witwe und deren Sohn belastet. 1777 reiste er nach Stockholm. Hier stellte er sich im Beisein des Königs der Königlichen Akademie der Wissenschaften als Mitglied vor und erhielt ein jährliches Stipendium. Seine Forschungen betrieb er zunächst in einem Gartenschuppen im Hof der Apotheke und erst 1782 konnte er eine neue Apotheke mit Wohnhaus und Labor in zentraler Lage erwerben. Scheele entdeckte die Absorption von Gasen durch Holzkohle sowie die katalytische Verästerung organischer Säuren durch Mineralsäuren. Darüber hinaus kochte er Essig in geschlossenen Gefäßen auf und fand damit einen Konservierungsprozess, welcher der Pasteurisierung ähnelte. Er machte erste Versuche mit Silberchlorid und entdeckte dessen von der spektralen Zusammensetzung des Lichtes abhängige Empfindlichkeit. Scheele fand auch heraus, dass geschwärztes Silberchlorid durch Ammoniak unlöslich wird und fand ohne sich dessen bewusst zu sein ein Fixiermittel, das die Beständigkeit des Bildes gewährleistet. Im Herbst 1785 erkrankte er die Witwe des verstorbenen Vorbesitzers Sarah Margarete Pohl-Gepp Sonneman pflegte ihn und führte ihm dem Haushalt. Als Scheele seinen Tod nahm sah, heiratete er sie am 19. Mai 1786 und setzte sie testamentarisch zu seiner Universalerben ein. Am 21. Mai starb Karl Wilhelm Scheele. An seinem Geburtshaus in der Strahl-Sunder-Fährstraße 23 erinnert eine Gedenktafel an den bekannten Chemiker und Pharmazeuten. Der Mondkrater Scheele und das Mineral Scheele sind nach ihm benannt. Ihm zu Ehren ist der Scheele preisbenannt. Entdeckungen Elemente Barium Aus dem Aufgrund der hohen Dichte schon lange bekannten Mineral Bologneser Sonnenstein gewannen Scheele und sein schwedischer Kollege Johann Gottliebgan 1774 eine neuartige Erde, also ein bisher unbekanntes Oxyd. Scheeles Vermutung, dass es sich dabei um das Oxyd eines neuen Elements handelte, wurde 1808 von Humphry Davy endgültig bestätigt. Chlor Was viele Alchemisten sicher vorher schon erfuhren, wurde von Scheele erstmals systematisch untersucht. Er erhielt 1774 Dekasekunden Gas Chlor durch die Oxydation von Salzsäure mit Braunstein. Allerdings erkannte Scheele nicht, dass es sich hierbei um ein weiteres neues Element handelt. Dies blieb Antoine Laurent de Lavoisier vorbehalten, welcher es schon 1789 in seiner Elemente-Liste Radical Moriatic aufführte. Fluor Allerdings erst über 100 Jahre später möglich. Mangan Man hielt Grafit für eine Form des Bleiglanzes. Scheele gelang 1778 die Herstellung von Molybdenoxyd aus Molybden-Glanz sowie der Nachweis, dass es sich bei Grafit um reinen Kohlenstoff handelt. Trotz Scheeles Nachweis hält sich der Begriff Bleistift bis heute, obwohl dessen Mine aus Grafit besteht. Die Vermutung Scheeles, dass es sich bei der von ihm gefundenen Verbindung um das Oxyd eines neuen Elements handelt, konnte Jelm 1781 durch die Gewinnung elementaren Molybdenes aus dem Oxyd bestätigen. Phosphor Elementarer Phosphor konnte schon vorher allerdings nur aus schwer erhältlichen Rohstoffen dargestellt werden. Scheele fand 1774 ein Verfahren zu dessen Herstellung aus Knochen. Er leistete damit unter anderem einen Beitrag zur Herstellung von Zündhölzern. Sauerstoff und Stickstoff 1771 begründete Scheele die Gasanalyse. Er fand heraus, dass Luft aus Sauerstoff und Stickstoff besteht. Außerdem stellte er Sauerstoffe durch Erhitzen von Silber und Quecksilbercarbonat, Quecksilberoxid, Kalium und Magnesiumnitrat dar. Er veröffentlichte seine Ergebnisse erst 1777 so, dass häufig Josef Priestley als Entdecker des Sauerstoffs gilt. Wolfram Aus dem Mineral Tungsten gewann Scheele ein Oxyd, das 1783 durch zwei spanische Chemiestudenten und Fausto Elhya im Labor des schwedischen Chemikas Torban Olof Bergmann zu elementarem Wolfram reduziert werden konnte. Obwohl sich der deutsche Name Wolfram auch in Skandinavien durchgesetzt hat, heißt das Element mit dem Zeichen W in englischer und französischer Sprache immer noch Tungsten bzw. Tungstene. Verbindungen Acetaldehyd, 1774 entdeckt jedoch nicht näher charakterisiert, Ammoniak, 1774 chemische Zusammensetzung untersucht, Blausäure, 1782 Synthese und verdünnter Schwefelsäure, Gallussäure, 1786 aus Galäpfeln isoliert, Glycerol, 1779 bei Verseifung von Olivenöl mit Bleioxid entdeckt, Harmsäure, 1776 entdeckt, 2-Hydroxybernsteinsäure, 1785 aus Apfelsaft isoliert, Kupferasenit, 1778 erstmals hergestellt, Milchsäure, 1780 in saurer Milch entdeckt, Oxalsäure, 1776 durch Oxidation von Zucker mit Salpetersäure gleichzeitig mit Bergmann, Pflanzliches Eiweiß, Pyrogel, 1786 Herstellung durch Erhitzende Gallussäure, dieses Verfahren wird auch heute noch angewendet, Schwefelwasserstoff, 1777 näher untersucht, Weinsäure, 1769 aus Weinstein abgeschieden, Zitronensäure, 1784 aus Zitronensaft isoliert.